Lieblingsstadion außer Borussia-Park. Bökelberg. Der war nicht schlecht, oder? Der war richtig gut. Hat auch noch keiner gemacht. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Auch diesmal wieder auch als Wodcast mit Bild bei YouTube zu sehen. Aber für alle, die es lieber im Auto, im Fitnessstudio, im Bett oder sonst wo hören, natürlich auch als Audio-Podcast der Talk mit... Ja, ich sage den Namen noch nicht, wenn ihr die Dinger noch nicht gelesen habt, die Shownotes, wenn ihr die Shownotes noch nicht gelesen habt, dann lasst euch überraschen. Wir sprechen jetzt mit einem Mann. Der ist ein echter Hammer. Der ist DFB-Pokalsieger, der ist Nationalspieler. Der könnte auch Stimmungssänger sein, behaupte ich mal. Und er ist als Spieler für Borussia zur Legende geworden und jetzt drauf und dran, das vielleicht auch irgendwann als Trainer zu sein. Er ist nämlich im Trainerteam von Borussias U19. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Mike Hanke. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr habt gleich eine Trainingseinheit, aber zwischendurch werden wir mit dir sprechen über viele Dinge, zum Beispiel, wie du zum Profifußball gekommen bist. Dann die anderen Vereine lassen wir ein bisschen weg. Es ist der Vereins-Podcast von Borussia Mönchengladbach. Wir werden uns auf deine Zeit bei Borussia, mit Borussia konzentrieren. Da gibt es ja auch einiges zu erzählen. Und dann natürlich auch auf die Zeit danach, wie du dann zum Trainer der U19 beziehungsweise ins Trainerteam der U19 gekommen bist. Fangen wir doch mal an. Der kleine Mike, wie ist der zum Fußball gekommen? Der kleine Mike ist zum Fußball gekommen in Hamm. Ja, es heißt nicht Hammer, sondern Hammenser. Oh, oh. Auch wieder was dazugelernt, Nivi. Ah, das ist ein Bildungspodcast. Ja, genau, das ist ein Bildungspodcast. Ja, ich bin aufgewachsen in Hamm, hast du ja gerade schon gesagt. Und habe dann das Fußballspielen wirklich auf dem Bolzplatz dann gelernt, mit fünf, sechs, sieben Jahren. Ich habe meinen Vater, also ich komme aus einer Bergbaufamilie, und mein Vater hatte öfter Nachtschicht. Und als ich dann aus der Schule gekommen bin, habe ich, wir hatten, vor dem Haus haben wir so ein Postgebäude, wo so ein Metallzaun ist. Ja, und das ist eine Straße, so eine Spielstraße. Und da habe ich immer gegengeschossen. Und es hat komplett ins Haus geschallt. Und nach fünf bis zehn Minuten hat mein Vater dann immer runtergeschrien, halt, auf hier rumzupillen. Und ja, ich habe aber trotzdem weitergemacht, habe mich nicht gestört, stundenlang immer wieder dagegen geschossen. Und bis meine Jungs dann auch mit den Hausaufgaben fertig waren, weil ich war schon längst fertig, habe die dann auch schon in der Schule gemacht, abgeschrieben. Und bin dann mit meinen Jungs dann auf dem Bolzplatz, und bis ich dann abends Training hatte. Und so habe ich das Fußballspielen gelernt. Man könnte sagen, wenn dein Vater strenger gewesen wäre, säßen wir zwei jetzt nicht hier. Ja, manchmal habe ich dann auch kurzzeitig aufgehört oder bin auf die andere Seite gegangen. Da war es dann nicht so laut, aber konnte ich halt nicht so gut gegenkicken, weil da nicht so eine gewisse Distanz war. Aber mein Vater oder generell meine Eltern, die haben mich schon gefördert. Also es war schon alles supi. Das heißt, auch mal zum Training gefahren, zu Spielen gefahren? Ja, klar, als ich noch in Hamm gespielt habe, ich habe ja angefangen beim Tusswischer Höfen, wo ich dann letztendlich auch meine Karriere beendet habe. Und dann bin ich zur Hammerspielvereinigung gewechselt. Da haben sie mich dann immer hingefahren. Das war von uns gut 20 Minuten, halbe Stunde. Von dort aus bin ich dann zum VfL Bochum gewechselt, in die U17 und da bin ich allerdings mit dem Zug hingefahren. Und da war ich schon relativ selbstständig. Hatte der Bremsen? Oh, mal kurz schon das Stimmungslied. Der Zug hatte Bremsen, ja. Der nicht. Für deine Karriere gab es keine Bremsen. Du bist von Bochum dann zu Schalke gegangen. Von Schalke dann erstmal bei den Amateuren, dann zu den Profis, dann zum VfL Wolfsburg, dann zu Hannover. Ich habe gesagt, da springen wir ein bisschen, bevor wir aber dazu kommen, wie du dann bei Borussia gelandet bist, möchte ich noch ein bisschen bei der Geschichte bleiben, wie du aufgewachsen bist als Fußballer. Weil das ist ja so wunderbar, als du gerade gesagt hast, der Vater hat dann runtergerufen, hör mal auf zu pölen. Das ist ja richtig Pott auch, ne? Das ist korrekt, ja. Aber Hammenser. Ja, Hammenser. Aber Hamm liegt an der Grenze des Ruhrpottes. Damit man nicht sagt, das ist ein Hammer? Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Meine Eltern haben mir das gesagt. Das heißt nicht Hammer, das heißt Hammenser. Ah ja, okay. Muss ich aber nochmal nachfragen, sage ich dir nochmal Bescheid. Okay. Und ja, wir werden bestimmt noch einen zweiten Teil machen, weil wie gesagt, in die kurze Zeit passt das gar nicht alles rein, was du in deiner Laufbahn erlebt hast. Was viele von dir wissen, ist, dass du eine Rasen-, eine Grasallergie hast. Da kam dir wahrscheinlich zugute, dass früher wahrscheinlich häufig auf Asche gespielt wurde. Ja, das kennen die Jungs ja von heute in der Jugend nicht mehr. Es gibt ja, glaube ich, kaum noch Ascheplätze. Früher haben wir selbst in der U17 bei Bochum, das war noch Regionalliga, das wurde dann irgendwann, ich glaube ein Jahr später wurde es dann Bundesliga, U17 Bundesliga. Da haben wir noch auf vielen Plätzen auf Asche gespielt. Ja, das war noch dann lecker, nachher in der Dusche wurde die Asche dann aus der Haut rausgekratzt hast und das waren noch schöne Zeiten, ja. Hast du auch noch ein bisschen Ascheplatz von irgendeinem Platz im Oberschenkel, so wie ich? Ich habe, ja, definitiv. Also rechts und links, da wachsen keine Haare mehr bei mir. Es ist auch weiß und da sieht man die Stellen noch von früher. Echt? Ja. Bei mir, also wenn es danach geht, bin ich früher immer mit dem Kopf über den Ascheplatz gegangen. Da wachsen in der Mitte auch keine Haare mehr. Springen wir zu Borussia Mönchengladbach. Da bist du hingekommen, da sah es fußballerisch bei Borussia nicht so gut aus. In der Winterpause bist du zu uns gewechselt, da waren wir ganz, ganz, ganz unten drin. Und du, ich erinnere mich noch sehr genau, bist dann von Hannover zu uns gekommen und hast gesagt, wir steigen nicht ab. Du hast so eine Positivität, so eine Energie mitgebracht, dass es dann langsam angefangen hat, jeder zu glauben. Was hat dich so sicher gemacht? Das hat schon ein bisschen gedauert, bis das jeder geglaubt hat auch. Also es lief ja auch nicht sofort rund, als ich hierher gekommen bin. Da dröseln wir mal auf. Wie bist du hierher gekommen? Oder wie kam das überhaupt, dass du dann von Hannover kamst? Also ich habe mich in Hannover nicht mehr wohlgefühlt. Das ganze Umfeld, ich bin da für teuer Geld gekauft worden, von Wolfsburg aus, und habe zwei erste gute Jahre gehabt. Und danach hat sich das bei mir ein bisschen abgebaut, aus welchen Gründen auch immer. Das ist manchmal im Fußball so, dass man dann seine Leistung einfach auch nicht mehr abrufen kann. Man probiert alles, aber es klappt nicht. Und dann war es so, dass ich im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde von den eigenen Fans. Und da war für mich der Zeitpunkt, okay, das Thema muss ich hier beenden, das bringt nichts mehr. Und dann war Max Eberl, hat dann bei meinem Berater angerufen. Und ich habe nicht lange gezögert, wusste natürlich auch den Tabellenstand. Aber aus meiner Vergangenheit hier, ich habe ja auch oft, auch noch in Bökelberg habe ich auch noch gespielt. Ich weiß, was das für eine Tradition hier ist. Und ich weiß auch, wie die Menschen hier leben. Und das hat mich einfach gereizt. Und da ich noch nie abgestiegen bin, ich hatte die Situation mit Wolfsburg und auch mit Hannover, wo wir im Abstiegskampf waren, war ich komplett davon überzeugt, dass wir mit Lappern nicht absteigen. Und das habe ich einfach auch gefühlt, gespürt und nach außen hin getragen. Und es war schon klar, dass Lucien Favre Trainer ist? Nee, das war noch nicht klar. Da war noch Michael Fronzek Trainer. Genau. Und das war so die Zeit, nichts gegen Michael, wo es auch noch nicht so rund lief. Und dann kam dann Lucien Favre und hat dann auch vieles umgekrempelt. Ja, hat vieles umgekrempelt, hat funktioniert. Die Mittelalten wissen, wovon wir reden. Die ganz Jungen werden sich das erzählen lassen, definitiv. Und du sagst am Anfang, hat aber nicht so jeder dran geglaubt, dass wir das noch schaffen. Es hat niemand gesagt, aber du spürst ja bei einem Menschen, der dir gegenüber sitzt oder steht oder mit denen besprichst, meint er das jetzt ernst oder verkörpert er das auch wirklich oder nicht? Und zum Glück hatten wir, ich bin ja nicht der Einzige gewesen, der jetzt, gut, ich war in der Öffentlichkeit und habe gesagt, wir steigen nicht ab. Aber da gab es noch mehrere bei uns im Team und auch der Verein, im Verein, die haben daran geglaubt. Und letztendlich ist es wichtig, dass der Funken auf alle rüberspringt, gerade in der Mannschaft. Und das ist dann irgendwann auch passiert. Wie erinnerst du dich da noch so ein bisschen dran, wie das dann eben intern war, dass man noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten musste? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Geschäftsstellentreffen, wo wir dann auch Reden gehalten haben, wo ich so eine grüne Krawatte, so hoffnungsgrün angezogen habe, aber auch total dran geglaubt habe und man langsam merkte, wie schon beim Spiel gegen Bochum dann später, wie es langsam so überschwappt. Wie war das bei euch im Team? Den genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht nennen, wann das wirklich dann auch passiert ist. Wir mussten es erst mal schaffen, dass wir überhaupt zum Relegationsspiel kommen. Das war ja auch erst mal eine Aufgabe. Es hat noch nie jemand eine Mannschaft geschafft, mit neun Punkten nach der Hinrunde nicht abzusteigen. Wir waren, glaube ich, die Ersten, meine ich mich zu erinnern. Das war ja schon mal die erste Hürde, weil alle, die sich mit den Daten, Zahlen, Fakten beschäftigen, haben das im Hinterkopf und das ist im Unterbewusstsein. Und das musste raus, das haben wir geschafft. Letztendlich war es dann wirklich wichtig, dass wir eine Einheit waren und wir haben die Fans und den ganzen Club mitgenommen. Und das war das Grundlegende, was wir dann auch brauchten, um nicht abzusteigen. Du hast eben gesagt, ob jemand das einfach nur so sagt oder ob man das tatsächlich verkörpert. Bei dir hat man gemerkt, du meinst das wirklich so, wie du es sagst. Was hat dich da so sicher gemacht? Woher dieses Selbstbewusstsein? Woher dieses Positive? Weil, wie gesagt, vorher hat es noch keine Mannschaft geschafft, mit so wenigen Punkten nach der Hinrunde. Ich habe die Zahlen nicht gesehen vorher. Erst im Nachhinein habe ich das mitbekommen. Du wusstest doch nicht genau, worauf du dich einst. Nein, nein, wusste ich nicht. Aber ich war wirklich überzeugt, dass wir das schaffen, weil ich diesen Verein einfach auch aus meiner Vergangenheit, wo ich hier gespielt habe, natürlich auch die Medien habe ich verfolgt. Ich habe mir einfach geschworen, dass es nicht sein kann, dass Gladbach in die zweite Liga absteigt. Das geht nicht. Mit so einem Traditionsverein, mit so einem Herz hier im Verein, das ist unmöglich. Und da steckt so viel drin in dem Verein und letztendlich auch in der Mannschaft, dass das einfach nicht sein kann. Und das war meine volle Überzeugung. War ja dann auch nicht. Wir hören mal ganz kurz in was rein. Nein, ruft er. Und dann? Nein, war ich, ne? Warst du das? Nein, das ist eine Aufnahme wirklich aus der Kurve. Ach so, okay. Und man hört dieses Nein. Aber Nein warst du in der Tat, denn alle erinnern sich an das Relegationsspiel. Ich habe Nein gesagt. Nein, 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 das war nicht deine Stimme. Aber das war die Szene, in der Igor de Camargo dann damals im Hinspiel der Relegation das 1-0 gemacht hat. Und es war ja ein wirkliches Hin und Her in dieser Szene. Auch da erinnern sich viele dran. Und wir haben Igor ja auch mal danach gefragt, wie er sich an die Szene erinnert. Und dein Name fiel da auch. Hören wir da auch mal rein. Mit dem Koffer treffen muss Hanke das Tor machen. Hanke, ich weiß nicht, wo kann Hanke das Tor missen. Ja, war wunderschön. Da wollen wir rein. Ja, da kommen die Tränen. Das war echt schön. Der Borussia-Park flippt aus. Ganz genau so waren es. Da kommen die Tränen. Da kommen, glaube ich, jedem die Tränen. Die Freudentränen. Und dieses Nein, genau. Es war ja wirklich ein Hin und Her. Die Nachspielzeit der Nachspielzeit. Erzähl, wie war es auf dem Platz für dich? Ja, dass ich den nicht mache, ist natürlich unfassbar. Aber ich wollte noch mal ein bisschen Spannung reinbringen. Und wollte dann Igor die Krönung überlassen, dieses Tor zu machen. Das ganze Spiel war auch ein Hin und Her. Es war sehr hektisch auch. Aber man hat bei uns auch gemerkt, dass wir unbedingt wollen. Und letztendlich kannst du ein Buch drüber schreiben, dass wir in der Nachspielzeit dann Siegtreffer einfahren und mit einem guten Resultat und mit einem guten Gefühl dann auch nach Bochum fahren. Ja, und in Bochum habt ihr es dann klar gemacht. Marco Reus hat noch getroffen. Da haben wir noch ein Eigentor gemacht. Aber ihr habt es trotzdem noch gezogen. Das Ding habt euch da. Also alle aus dieser Mannschaft könnten eigentlich spielen am 17.12. Dann wird es das Legendenspiel geben. Olli Neville wird mitspielen. Philipp Darmes wird mitspielen. Ruhe Brauers wird mitspielen. So viel ist schon mal bekannt. Jetzt ist die große Frage, wirst du denn auch mitspielen? Also ich habe noch keine Einladung, auch wenn ich hier arbeite, habe ich noch keine Einladung bekommen. Dann spreche ich dir hiermit offiziell aus. Danke, danke. Ich habe aber gestern schon einen Teaser gemacht. Der wird jetzt auch in nächster Zeit kommen mit Christoph Kramer. Ich gehe davon aus, dass der Klub überzeugt ist, dass ich da keine Einladung brauche und dass ich automatisch mitspiele. Und das werde ich natürlich auch. Ja, davon gehe ich auch. Hast du den 17.12. schon freigehalten? Der ist geblockt. Alle Termine, die ich da hatte, sind weg. Er ist verschoben worden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Wenn ihr euch diesen Termin auch freihalten würdet, wäre das wunderbar. Oder am besten besorgt ihr euch schon Karten. Ab 8 Euro geht es los. Am 4. November startet der freie Verkauf. Bisher können Mitglieder und Dauerkarten, Mitglieder schon Karten im Online-Ticket-Portal bestellen. Wird eine wunderbare Veranstaltung mit viel drumherum, mit Legenden. Unsere aktuelle Mannschaft oder die, die da sind. Während der WM ist das ja, ich glaube, da ist Spiel um Platz 3. Aber ich glaube, das Spiel hier im Russiapark ist wichtiger. Ich glaube, abends ist kein Spiel. Nachmittags wahrscheinlich. Das ist ja, glaube ich, extra auf 19 Uhr gelegt worden. Sollte eigentlich erst auf mittags gelegt werden. Aber da ist das Spiel um Platz 3 und 4. Nee, ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, 19 Uhr haben wir das gelegt und dann hat die WM gesagt, nee, wir spielen dann lieber in Mittags. So war es, genau. Zumindest ist da abends kein Fußball. Da kann jeder ins Stadion kommen. Wirst du gucken, WM? Ja, ich werde es gucken, ja. Ja, okay. Also ich kenne mich. Ich habe schon bei der Letzten gesagt, ja, ich gucke wahrscheinlich nicht so viel, weil ich mich sowieso nicht so für Nationalmannschaftsspiele interessiere. Aber dann habe ich doch alles geguckt. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 17.12. definitiv. Aber auf deine Nationalmannschaftskarriere gehen wir später auch noch ein. Wir bleiben aber jetzt erst mal bei den Legenden. Wenn du dir jetzt eine Mannschaft zusammenstellen könntest, mit denen du gespielt hast, wäre das dann die komplette Relegationsmannschaft? Oder mit wem würdest du vielleicht auch gerne mal auf dem Platz stehen? Ich glaube, das wäre wirklich die Relegationsmannschaft. Das war wirklich auch, man muss ja auch sagen, danach diese Saison, da haben wir auch, es gibt ja auf YouTube ein Video, wo wir FC Barcelona genannt werden. Und das Video gucke ich mir heute noch zwischendurch mal an, weil das einfach legendär ist, was für einen Fußball wir dann gespielt haben. Mit was für einem Selbstverständnis. Und das war schon sehr geil. Also die Mannschaft auch, das war so ein Zusammenhalt. Und da konnte kommen, was wollte. Und das war echt schön. Woran liegt das dann? Dass da so ein Zusammenhalt ist? Ja. Du musst natürlich die einzelnen Charaktere dafür haben, die so eine Mannschaft dann zusammenschweißt. Und das hatten wir mit Martin Stranzel, mit Ruhl Brauers, Philipp Dams, Marco Reus, der sich entwickelt hat in Gladbach. Mit mir, mit Tess Degen. Also das waren schon Kaliber, die das dann auch hinbekommen haben. Glaubt ihr hättet Meister werden können noch ein Jahr später, wenn ihr alle zusammengeblieben wärt? Schwer zu sagen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir waren ja im Februar-Halfinale. Ja, Halbfinale. Ja, stimmt. Das wäre auch grandios gewesen, hätten wir das geschafft, nach Berlin zu fahren. Wäre geil gewesen. War doch, oder guckst du mir hier so wie Auto an? Nee, ich überlege schon über meine nächste Frage nach. Ach so, okay. Ich denke schon über meine nächste Frage nach. Ist das ein Thema in der Mannschaft, wenn einer, der zu einem anderen Verein wechselt, einen Elfmeter in einem entscheidenden Spiel verschießt? Gegen die Mannschaft, zu der er wechselt. Hatten wir bei Borussia zweimal? Oder obwohl? Lothar Matthäus war gar nicht der Entscheidende. Das war ja Norbert Ringels, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob der von Dante der Entscheidende war. Aber ist das Thema? Also in der Mannschaft ist es kein Thema gewesen. Wir haben es nicht angesprochen. Aber ich glaube schon, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich mir darüber auch Gedanken gemacht habe. Ja? Ja, ja. Aber das machst du ja... Im Vorfeld aber schon, als er hingeht? Ja, auch. Du machst dir das schon. Ja, machst dir schon. Aber das willst du eigentlich nicht. Aber trotzdem ist das so ein bisschen ein kleiner Ballgeschmack. Aber wir können uns sicher sein, dass der Dante dir nicht extra verschossen hat davon. Weil der hat ja erst nächstes Jahr bei Bayern gespielt. Also der wollte auch so wie alle anderen unbedingt nach Berlin und den Titel holen. Also das ist ausgeschlossen. Genau. Das halte ich auch für ausgeschlossen, dass jemand absichtlich einen Elber verschießt, obwohl er... Für was? Genau. Er hat ja mit Bayern noch nichts zu tun gehabt. Und was da die Psyche für eine Rolle spielt, das Unterbewusstsein, kann man nur mutmaßen, würde ich mal sagen. Weil es gibt mit Sicherheit, mir fällt jetzt zwar keins ein, aber mit Sicherheit auch viele, viele Gegenbeispiele, wo Leute dann eiserne Nerven haben oder Glück oder was auch immer das dann ist und so ein Ding versenken. Ich mache ja gerade meine Trainerausbildung und gerade das Thema hatte ich heute auch, Stressbewältigung. Oh. Ja, ja. Das habe ich heute im Online-Seminar hatte ich das gehabt. Heute Morgen. Und da gibt es halt unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, die zum Elfmeterpunkt gehen, die sind eiskalt, die haben einen Puls von 100. Andere wiederum, die gehen zum Elfmeter, haben einen Puls von 200. Und da ist es schon ein Unterschied, ob der mit einem 200er Puls schießt oder mit einem 100er Puls schießt. Was bist du für einer? Mittlerweile bin ich ein 100er Puls, aber früher habe ich auch keine Elfmeter gerne geschossen. Was warst du denn für ein Typ, als du dieses legendäre Vom-Mittelpunkt-Tor geschossen hast? Auch da könnt ihr gerne mal googeln oder eingeben bei YouTube oder wo auch immer, Mike Hanke, Mittelpunkt-Tor. Boah, da war ich ein kaltschnäuziger, junger, frecher Dachs. 17. April 2004, kurioses Tor. Mike Hanke aus dem Anstoßkreis im Heimspiel deines Vereins, damals noch Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Jörg Butt war ein Torhüter, der immer selber Elfmeter viele reingeschossen hat und dann noch auf dem Rückweg zum Tor war und du warst dann einfach eiskalt. Der Ball war schon freigegeben. Ich bin froh, dass es da noch keinen Videobeweis gab, weil der Ebbe Sand war mein Sturmpartner und der hat nicht geschaltet. Ich habe ihm gesagt, Ebbe, Ebbe, Spiel, Spiel, Spiel und dann habe ich ihn zum Ebbe gespielt, der hat ihn aber gar nicht berührt, den Ball und dann habe ich ihn ins Tor geschossen. Also war es eigentlich ein irreguläres Tor. Ach, Quatsch. Ja, ja, genau. Also ich habe es mir selber vorgelegt, aber auf dem Video sieht man nicht genau, also der zuckt ganz kurz, aber er berührte nicht. Ach, nee. Nee, ja, irregulär. Und wieder was gelernt hier in diesem Fohlen-Podcast-Talk. Ach, ist das herrlich, wunderbar. Und ich habe nach dem Spiel, da war Jupp Heynckes, war unser Trainer und da habe ich nach dem Spiel auch in der Presse gesagt, früher war ich wirklich, habe gesagt, was ich gerade denke, das ist ja teilweise dann auch nicht gut als Fußballer, habe ich dann auch irgendwann gelernt, habe oft auch einen auf den Deckel bekommen. habe ich dann in der Presse gesagt, dass der Eppesant den gar nicht berührt hat. Und da habe ich von Jupp Heynckes richtig Ärger bekommen. Da wurde er laut. Was hat er gesagt? Das weiß ich nicht mehr, aber er wurde auf jeden Fall laut. Daran kann ich mich noch erinnern. Mike, Sie können das nicht sagen. Das war Lucien Favre, Jupp Heynckes habe ich gesagt. Sie können das nicht sagen? Jupp Heynckes. Hat er dir damals schon von Brüssel erzählt? Nee. Gar nicht? Ich habe auch nicht, man muss ja sagen, früher die Zeit, das war ja, ich wurde ja 2001 Profi, da haben die Trainer jetzt auch noch nicht so viel gesprochen wie heutzutage mit den Spielern. Gerade mit den jungen Spielern, mit den erfahrenen Spielern, haben sie ein bisschen was gesprochen, aber zu groß haben wir uns nicht unterhalten. Du hast ja gesagt, du machst deine Trainerausbildung, bist im Trainerteam bei der U19. Ja, ich bin in der U17. Ich bin ja runtergegangen. Ach, U17, meine ich auch. Mit Sascha Eickel zusammen. Genau. Bis im Trainerteam der U17 mit Sascha Eickel zusammen und einigen anderen. Ab wann war für dich klar, dass du die Trainerlaufbahn einschlagen möchtest? Also ich habe mir nach meiner Kräte gesagt, jetzt will ich erst mal mit Fußball nichts zu tun haben, weil es schon ein hartes Geschäft ist. Ja, auch mental ist das dann immer brutaler geworden. Und ich bin auch froh, dass sich das Thema Social Media und alles, das da zu meiner Zeit nicht so präsent war. Okay. Weil klar, ich habe jetzt, ob es gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Ja, ich habe nach meiner Karriere habe ich einen offiziellen Insta-Kanal dann mir angeschafft. Das war ein bisschen spät. Und da mache ich jetzt aber auch nicht so viel, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. und es brasselt schon sehr, sehr, sehr viel auf die Jungs ein. Und damit wollte ich erst mal nichts zu tun haben, habe dann mich in der Wirtschaft so ein bisschen ausgetobt, habe mein eigenes Start-up gegründet. Was war das? Das hat auch was mit Fußball zu tun gehabt. Wir wollten aus den Social-Media-Kanälen, die den Lifestyle der Fußballprofis kaufbar machen. Ja, Torben, Marx und du, ne? Genau, im Traum habe ich das gemacht. Super Idee war das. Das war eine, ich finde, immer noch eine Riesenidee. Zu früh vielleicht. Nur die Umsetzung war sehr, sehr schwierig und hat sehr viel Geld gekostet. Und daran lag es dann irgendwann, ja. Ja, wie das bei Start-ups oft so ist, ja. So sieht es aus, ja. Man hört dann immer von denen, die was geworden sind, von denen, die nichts geworden sind, wo viel Geld versenkt worden ist. Das ist aber die Idee wirklich phänomenal. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal besser umsetzen. Deswegen reden wir jetzt nicht drüber, oder? Ja, vielleicht ist ja da draußen jemand, der Lust dazu hat. Also ich möchte das nicht mehr machen. Ich bin jetzt, ich habe jetzt wirklich die, ich habe richtig Lust auf den Trainerjob. Und habe dann vor drei, nee, vor vier Jahren habe ich dann Tuss Reuschenberg hier in Neuss. Die A-Jugend. Genau, die U19 übernommen. Sind dann aufgestiegen in die Niederrhein-Liga. Oder haben uns qualifiziert für die Niederrhein-Liga, weil der davor war Corona. Und dann wurde es abgebrochen. Und dann bin ich zu Gladbach gewechselt, in die U19 als Co-Trainer. Ja, Gott sei Dank. Da gehörst du auch hin. So sieht es aus. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier bin. Wie läuft die Trainerausbildung? Ist gut? Es ist kompliziert. Weil ich ja, also mir fällt es immer noch schwer, lernen zu lernen. Weil ich das lange nicht mehr gemacht habe. Also sich da wirklich hinzusetzen und vier, fünf Stunden zu lernen, das fällt mir gerade immer noch schwer. Weil ich das letzte Mal gemacht habe, als ich 16 war, 17 war, als ich in der Schule war. Aber es geht langsam. Es macht mir Spaß. Teilweise anstrengend. Komplizierte Themen dabei, die man erstmal richtig verstehen muss. Einige Konzepte, die außergewöhnlich sind, aber im Nachhinein dann alles simpel ist. Ja, aber ja, macht Spaß. Warst du eigentlich ein guter Schüler? Ich war clever. Sagen wir es mal so. Okay, das lassen wir einfach so stehen. Verstehst du denn jetzt, wo du so viele Thematiken des Trainerberufs siehst, einige deiner alten Trainer besser? Ja, ja, definitiv. Also das stimmt. Also ich verstehe, gut, ich bin ja auch älter geworden, reifer und verstehe einiges besser, als ich noch mit 18, 19, 22, 24 verstanden habe. Das ist natürlich klar. Was ist das schwierigste Fach oder die schwierigste Thematik im Moment beim Trainer sein? Ja, das hängt miteinander zusammen, diese psychologische Ebene mit der Coaching-Trainer-Ebene. Okay. Weil gerade jetzt im Jugendbereich ist es auch enorm wichtig, dass du mit den Spielern sprichst und auch das private Umfeld kennenlernst und weißt, hat er eine Freundin, hat er keine Freundin, ja, wie ticken die Eltern. Das hat alles dann im Nachhinein Auswirkungen auf den Platz, wie er auch dann spielt. Wenn er jetzt sich von seiner Freundin getrennt hat und du weißt das als Trainer nicht und der trainiert die ganze Woche scheiße, ist es blöd, das nicht zu wissen. Und dann kannst du darauf Einfluss nehmen, hast es im Kopf und weißt, warum das so ist gerade. Also diese Thematik, dieses psychologische von dem Spieler aus, mit dem Spieler auch umgehen und dann gleichzeitig der Trainer oder ein Coach zu sein, das ist gerade für mich eine Herausforderung. Ja, spannendes Thema, definitiv. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Exkurs. Jetzt kommt nämlich dein Fragen-Galopp beziehungsweise I like. Ich will von dir wissen, was du gerne magst, was du nicht gerne magst und bitte dich jetzt darauf zu antworten. Mein Lieblingsgetränk, also deins. Fanta. Lieblingsessen. Spaghetti Bolo. Lieblingsurlaubsziel. Türkei. Lieblingsstadion außer Borussia Park. Bökelberg. Der war nicht schlecht, oder? Der war richtig gut. Hat auch noch keiner gemacht. Das wird übrigens der Teaser im Podcast. Lieblingsposition. Stürmer. Ja? Ja? Also jetzt, was meinst du jetzt? Nicht neuneinhalber? Ja, es gehört zur Mitte. Heutzutage ist ja ein Stürmer wirklich auch alles. Der ist ja auch mal rechts aus. Neuneinhalber. Machen wir später. Ja. Dein unangenehmster Gegenspieler. Boah. Christian Wörns. Oh, Wörns. Christian Wörns. Lieblingseissorte. Ganz kurz zurück. Den habe ich vor kurzem wieder getroffen, weil ich eine Hospitation bei der U18-Nationalmannschaft gemacht habe. Und der ist der U18-Trainer. War ganz lustig. Habt ihr darüber geredet? Ne, haben wir nicht. Ne? Ne, ne. Nicht über eure Fights auf dem Spielfeld? Ne, ich habe ja nicht so lange, also ich habe ja glaube ich zwei Jahre mit gegen den gespielt. Aber der war fies. Der war echt fies. Und Jeff Strasser. Jeff Strasser war auch ein fieser Hund. Also kann ich mich auch ganz gut erinnern. Hier in Bökelberg. Der hat mich das ganze Spiel voll gebabbelt über Themen, die nichts mit dem Fußball zu tun hatten. Das war so nervig. Und da war ich gerade wirklich 18, 19. Und dann hat er immer gezwickt hier hinten rein und in den Rücken. Ey, der ging mir so auf den Sack. Und wir uns auch. Ja, wir uns auch. Der hat mir auch mal absichtlich in die Hacken getreten, als Abschluss war. Auch damals gab es noch keinen Videobeweis. Alles rote Karten heute. Ja, sowas ging heute nicht mehr. Ne, geht keine Chance. Also hat auch Vorteile. Vor allem für Stürmer. Ja, aber es hat aber auch Vorteile, weil du durch diese Aktion als Stürmer lernst. Ja, lernst nicht abgelenkt zu sein. Das war auch eine Lernphase für mich. Im Endeffekt war das gut. Aha, okay. Und über welche Themen ihr gesprochen habt? Oder es war ja eher ein Monolog, nehme ich an. Du hast dann wahrscheinlich nicht viel. Oder hast du geantwortet, wenn Jeff dann angefangen hat? Ja, ich habe ihn ab und zu mal geantwortet. Aber irgendwann gehen wir nicht auf den Zeiger. Ja, jetzt will ich spielen. Ich will ein Tor machen gegen dich. Hast du gemacht? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Okay. Dein bestes Spiel aller Zeiten? Gladbach gegen Schalke. Zu Hause. Ich würde gerne einmal. Bundesliga-Trainer werden. Sein. Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen dürftest, dann? Könnte ich Feuer spucken. Ja? Ja, manchmal bin ich sehr exklusiv. Okay. Und dann würde ich gerne mein Gegenüber verbrennen. Mein schönstes Tor. Das war auch gegen, ja, von der Mittellinie das. Und zu Hause hier gegen Schalke. Der doppelte Doppelpass. Aha, ja. Wissen wahrscheinlich noch einige Borussen. Ja, der war auch richtig cool. Du hast ja einige richtig Coole gemacht. Deswegen ist es schwierig, sich da zu entscheiden. Deine schlimmste Eigenschaft? Ungeduld. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, dann? Eigentlich würde ich sagen Videobeweis. Ja? Aber im Endeffekt, ja. Also es gab ja die Zeit, als das eingeführt wurde, da kam ja das Thema auf. Jetzt gibt es keinen Gesprächsstoff mehr in den Kneipen für die Fans und, und, und. Ich finde, das ist noch mehr geworden. Oder gleich geblieben zumindest. Von daher ist es noch gut. Ja, von daher. Also ich finde das schon, weil da geht es ja auch um Millionen von Geld. Und ich finde das schon gut, dass es den gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche Regel? Einwurf. Dann lieber einschießen. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ja, fände ich auch mal spannend, das mal zu sehen. Aber nochmal ganz kurz zum Videobeweis. Also ich finde den prinzipiell gut. Manchmal ist es halt doof, wie er gehandhabt wird, beziehungsweise wenn es dann gegen uns geht. Aber im Darmstadt-Spiel hätte ich mir einen Videobeweis gewünscht. Absolut. Das war ein ganz klarer Elfmeter. Und das ist dann für mich immer der Beweis, dass es doch gut ist, den zu geben. Wahrscheinlich muss man noch ein bisschen... Aber ich weiß auch nicht, was der Linienrichter... Also das musst du einfach sehen. Ich verstehe es. Ich habe es nicht verstanden. Ja, einen Tag danach beim Werder-Bremens-Spiel hat der Linienrichter aus 50 Metern Entfernung einen Hinweis gegeben. Er hat da irgendwas gesehen. Ist dann Auslegungssache. Ich meine, Daniel Varka hat ja gesagt, der Schiri wäre danach in der Kabine gewesen und hat sich entschuldigt. Das wiederum finde ich gut. Also wenn man Fehler eingesteht, da kann man sich nachher nichts verkaufen. Ja, genau. Aber trotzdem finde ich es gut, weil jeder macht Fehler. Und ich glaube, Dennis Eitekin hat mal gesagt, er hätte noch nie ein perfektes Spiel gepfiffen. Und er ist ja nachgewiesenermaßen einer der besten Schiedsrichter. Das ist auch, als Spieler machst du auch vielleicht einmal in deinem ganzen Leben ein perfektes Spiel. Es gibt kein perfektes Spiel in dem Sinne. Also du machst immer Fehler und jeder Mensch macht Fehler. Und dann ist das auch dann in Ordnung. Klar ist das Kacke jetzt für die Profis, dass sie raus sind. Haben wir jetzt auch nicht wirklich das gute Spiel dahin geliefert. Stimmt. Und klar, auf dem Platz, da ist man natürlich aufgebracht. Aber im Nachhinein vielleicht dann ein bisschen wieder da. Und was wärst du geworden, wenn nicht Fußballprofi? Ich habe mir dann, als ich Profi war, Gedanken mal darüber gemacht, was ich denn geworden wäre. Ich wäre wahrscheinlich Polizist geworden. Ja? Es reizt mich immer nur. Ich bin aber zu alt dafür. Viele Freunde von mir sind Polizisten. Und ich finde das ein spannender Beruf. Was reizt dich daran? Die Abwechslung, den Umgang mit Menschen, ist natürlich in der heutigen Zeit teilweise auch schwierig, weil du dann auch viele nicht so tolle Begegnungen hast. Verbrechen auflösen. Ja, das gibt mehrere Punkte, die mich da reizen. Also irgendwas mit Schießen wolltest du immer machen. Genau. Entweder Fußballprofi oder Polizist. Wobei Polizist sein natürlich viel mehr ist als Schießen. Und die meisten sind, glaube ich, froh, wenn sie nicht schießen müssen, um das auch hier festzuhalten. Ja. Ja, also, warum hast du erst mal eine A-Jugend trainiert und hast nicht direkt gesagt, ich fange irgendwo oben an? Also, als ich in Reuschenberg die U19 trainiert habe, dann habe ich gemerkt, okay, das ist so ein Jahrgang, so eine Altersklasse, das macht mir Spaß. Ja, weil du da dich auch im taktischen Bereich einfach austoben kannst. Ja, du kannst Variationen spielen, die vielleicht kleinere noch nicht so können. Und deshalb war es auch Thema hier. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich mache alles unter, also über der U17. Ja. Darunter würde ich nicht gehen, weil ich mich einfach dahin entwickeln möchte. Ganz klar, weil ich mit Sascha Eickel einen Mentor an meiner Seite habe, einen Cheftrainer, der seit 25 Jahren im Jugendfußball unterwegs ist, hat seit 25 Jahren seinen Fußballlehrer und ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Also, er hat sehr viel Ahnung, ich kann sehr, sehr viel bei ihm lernen und ich komme auch noch menschlich mit ihm super klar. Wir haben eine perfekte Ebene und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne mit dir zusammen weiterarbeiten. Es ist mir auch jetzt egal, ob es U19 oder U17 ist. Ist im Nachhinein sogar nochmal spannend jetzt zu sehen, weil U17, die sind ja dann teilweise 15, 16. Ja, U19, 17, 18. Das ist ein riesen Unterschied. Wir haben teilweise wirklich noch Kinder bei uns in der U17, die sich auch so verhalten. Und das ist auch für mich einfach mal schön zu sehen und für meine Entwicklung, glaube ich, auch gut. Denkst du da manchmal daran zurück, wie du warst in dem Alter? Ja, ohne Handy. Auf jeden Fall ohne Handy, ohne Social Media und einfach viel mehr draußen. Also, es ist halt die heutige Zeit. Die Kinder, die haben ja auch so lange Schule. Bei uns, die Spieler, die haben teilweise bis 15, 30, 16 Uhr Schule und fahren dann mit dem Bus hier ins Internat und gehen rüber zum Training. Also, die haben dann Essen noch dazwischendurch. Die haben ja gar keine Freizeit mehr. Und bei mir war es das Schöne dann in meiner Jugend, dass ich dann wirklich nach der Schule um 13.30 Uhr direkt rausgegangen bin, nicht jeden Tag Hausaufgaben aufhatte und dann einfach Spaß hatte. Ich hatte Spaß mit der Kugel. Und ich finde, das müssen wir in den Jugendbereich wieder reinbringen, dass die Jungs wirklich auch Spaß haben am Fußball. Weil es wird sehr viel darauf gepocht, dass sie Maschinen werden. Ja, wirklich. Das ist wirklich so. Und da ist mit Sascha Eick wirklich jemand an meiner Seite, der auch darauf achtet. Ja, das sagen sehr, sehr viele übrigens. Also, ich würde das mal als Zeichen dafür nehmen, dass da was dran ist. Dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr auch auf den Spaß guckt und nicht, dass die alle… Ja, das sind Kinder. Also, was hast du mit 15, 16 gemacht? Das ist ja die Blüte deiner Zeit gewesen. Das Gleiche, wie du eben erzählt hast. Im Bus die Hausaufgaben und dann ging es… Du hast dann auch mal Kacke gebaut. Nein, das natürlich nie. Du nicht, ich aber. Ja, natürlich, logischerweise. Wollen die Jungs viel von dir wissen, von deiner Bundesliga? Ja. Was fragen die so? Alles Mögliche. Gerade die Offensivspieler. Wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen? Ich mache auch zwischendurch mal ein Stürmertraining, wo ich dann die Jungs einweise mit der Fußhaltung, mit dem Timing beim Kopfball. Weil ich habe jetzt gleich um 17.30 Uhr, machen wir ein Pre-Training, wo ich mit vier Jungs an den Kopfballpendel gehe. Kopfballpendel gibt es, habe ich gesehen. Haben wir hier stehen, wird auch benutzt. Ja, wird auch benutzt von mir wieder jetzt, ja. Ja, cool. Ja, weil ich das enorm wichtig finde. Und es kommt ja immer wieder zur Sprache, dass es schädlich ist für das Gehirn, wenn die Jungs köpfen. Also ich bin auch noch da und habe mein ganzes Leben lang geköpft. Und vielleicht sind da ein paar Gehirrzellen liegen geblieben. Aber letztendlich, wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann gehört das dazu. Und in unserer Jugend, gerade jetzt bei Gladbach, sind weniger dabei, die einen guten Kopfball können. Ja, insgesamt glaube ich. Also das hat vielleicht wirklich auch ein bisschen damit zu tun, dass man das weniger trainiert. Aber wenn ihr das jetzt wieder anfängt, dann würde ich mal sagen, so in drei Jahren machen wir wieder ganz viele Kopfballtore. Du hast gerade auf die Uhr geguckt, ihr habt gleich Training. Deswegen jetzt schon mal der Teaser. Wir werden irgendwann, sofern du Bock hast, ich habe auf jeden Fall Bock dazu, auch nochmal einen zweiten Podcast mit Mike Hanke machen, wo wir dann wirklich mehr auf deine Nationalmannschaftskarriere auch eingehen, auf die Spiele. Auch spannend gewesen. Auf deine Zeit in China. Auch sehr spannend. Genau. Und jetzt ganz zum Schluss aber noch, du hast mir die Vorlage gegeben, deswegen nehme ich das nochmal als Thema und schließe das Ganze nochmal. Hat was mit dem Legendenspiel zu tun, hat was mit der Mannschaft zu tun, mit der du gerne zusammenspielen würdest bei diesem Legendenspiel, nämlich die Relegationsmannschaft und hat was mit Gehirnzellen zu tun, die vielleicht nicht nur beim Kopfball, sondern auch bei anderen Dingen auf der Strecke bleiben. Ich denke da an Feiern und hört mal in diesen Ton rein. Das war die Nicht-Abstiegsfeier direkt nach dem Spiel in Bochum, als die Mannschaft hier ins Stadion auf die Bühne kam. Da gab es das zu hören. Und sie tranken nichts und sie hatten keine Sorgen. Lieg an! Gute Stimme, ne? Hat sieben Söhne! Sieben Söhne hatte Vater Abraham! Aber! Und sie hatten nichts und sie tranken nichts und sie hatten keine Sorgen. Lieg an! Recht an! Ja, Vater Abraham, das wird auch auf ewig mit dir verbunden bleiben. Dieses Lied, was dann später, glaube ich, auch nochmal von Tim Toupet in Ballermann Version, oder kanntest du das daher? Ich kannte das vorher auch schon. Nee, nee, ich kannte das vorher auch schon. Ein Stimmungslied, das du performt hast. Ich war ja, als Kind war ich ja Schalke-Fan und bin dann, ja, alles gut. Und bin dann mit dem Fanclub immer, also als 12-, 13-Jähriger bin ich mit dem Fanclub von Hamm nach Gelsenkirchen gefahren. Und da im Bus haben wir das regelmäßig gesungen. Seitdem kann ich das. Und der Christopher Heimeroth hat damals im Trainingslager, weil ich nicht wusste, ich bin ja Neuer gewesen und die Neuen müssten ja immer singen. Und ich wusste nicht genau, was ich da singen soll. Und dann hat er mir gesagt, ja, kennst du das nicht, das Vater Abraham? Ja, doch, klar, das kenne ich. Und da habe ich mich auf den Stuhl gestellt und da gibt es aber auch noch Videos von. Und das war auch richtig geil, weil die ganze Mannschaft dann irgendwann mitgemacht hat und sich absolut so kaputt gelacht hat. Ja. Ja, auf der Bühne war er natürlich auch dann legendär und mit zwei Atü. Ja, genau. Und das war schön, ja. Ja, der gesamte Borussia-Park hatte, glaube ich, insgesamt zwei Millionen Atü, glaube ich. Wie war die Rückfahrt aus Bochum? Ja, das war, also, dass der Brauer da noch überhaupt den Bus lenken konnte. Aber der hat nichts getrunken, Markus Borussia. Nee, der hat nichts getrunken, aber der hat gewackelt ohne Ende der Bus. Das war, wir haben da getobt, auf den Sitzen standen wir und der musste aber, glaube ich, danach, den Tag oder zwei Tage später in eine Komplettreinigung auch von innen. War das nicht, haben wir nicht nach der Saison einen neuen Bus bekommen? Das kann auch sein, ja. Weißt du, es war auf jeden Fall legendär und einfach nur schön und deine Stimme da zu hören und dich, ja, deswegen, ich betone es nochmal, dich performen zu sehen, weil es ist ja eine kleine Choreografie auch bei diesem Lied. Es kommt immer noch was dazu. Die letzte Strophe gefällt mir am besten. Ja, genau. Mit Zunge raus. Also hört da mal rein, dann vielen, vielen Dank an dich, Maik. Wie heißt das schön? Wir sagen danke, Maik Hanke. Danke, Maik Hanke, ja. Er hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank auch an euch. Ich freue mich schon auf Teil zwei und ich freue mich auf das Legendenspiel 17.12. Ja, aber vorher machen wir nochmal den zweiten Teil. Hat echt Spaß gemacht und würde ich gerne machen. Okay, machen wir vorher noch. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ja gut, also das ist ein Versprechen und die Einladung habe ich jetzt im Namen. Ich bin ja eh jeden Tag hier, von daher, dreiviertel Stunde mit einer Mittagspause kann ich mal mit Spaghetti Bolognese hier den zweiten Teil machen. Ja, das ist doch ein Wort. Vielleicht dann schon nächsten Monat. Immer am Ersten gibt es den Talk, hört auch rein in die anderen Fohlen-Podcast-Formate. Von wem möchtest du die Vorlage haben für das Tor, was du dann schießt am 17.12.? Von Iga de Comago. Ich weiß nicht, ob der dabei ist oder wer auch sonst noch mit? Ich habe noch ein paar anderen Namen. Ich weiß, wer dabei ist, aber ich glaube, das darf man noch nicht verraten, weil das Stück für Stück glaube ich dann auch. Ach, du weißt schon welche? Ich weiß noch ein paar Namen, ja. Es wird Überraschungen geben und es lohnt sich wirklich zu kommen. Ist Juan Arango dabei? Er sagt nichts. Ja, du bist dabei. Du bist dabei und das ist gut so. Du warst dabei und ich sage Dankeschön, Tschüss und Ole Ole. Und das letzte Wort, auch wenn es erstmal nur Teil 1 ist, gehört wie immer unserem Gast. Vielen Dank. Bis zum zweiten Teil. Bis bald. Ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020